Musik Hallo, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wer noch nie auf diesem Kanal war und einfach gerade durch Zufall auf dieses Video gestoßen ist, mein Name ist Sarah, bin Crewmitglied von AIDA und bin jetzt die Weltreise mitgefallen als Weltreisereporterin. Das heißt, die Weltreise ist vorbei, mein Job ist auch jetzt erstmal vorbei. Deswegen mache ich jetzt noch Urlaub auf AIDA Mar für die Winter im Hohen Norden Tour. Und wer es schon erkannt hat, ich bin nicht in der Gästekabine, ich bin in der Crewkabine und ich habe auch die Jacke von meinem Freund an, weil mir gerade kalt war. Ich wohne jetzt bei meinem Freund noch die zwölf Tage hier. Vielleicht kann ich mal meinen Ausblick zeigen. Ja, das heißt, er muss jetzt noch arbeiten und ich genieße jetzt hier die Zeit, einfach mal als Gast Urlaub zu machen. Nehme euch so ein bisschen mit, zumindest so in die Destination. Ich muss sagen, ich bin so... Oh, ich kann mal eine Welle. Ich liebe das, weil denkt man, das ist so eine Waschmaschine. Ich habe natürlich die letzten vier Monate als Weltreisereporterin super viel gefilmt und bin da jetzt auch echt ein bisschen froh, wenn ich nicht überall immer auf die schönsten Momente die Kamera halten muss. Aber ich habe trotzdem Bock, die Reise ein bisschen mitzufilmen für euch, für mich, dass ich es mir später wieder anschauen kann. Und deswegen mache ich das. Aber ist natürlich jetzt nicht so ein typischer, klassischer, ich mache Urlaub auf AIDA Mar Vlog, sondern einfach so schöne Momente auf AIDA Mar, die ich noch einfangen will, bevor ich erstmal wieder an Land gehe. Das heißt, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und melde mich dann einfach vielleicht morgen aus Haugesund. Mal schauen! Wie geht es dir so am Morgen? Geil. Als ich das Interview und ich vermisse es schon. Na, genau. Wie geht es dir so? Ich wollte eigentlich so ein Mikro halten und du kannst mir so Bro-Fist. Deine Haare sehen das nicht aus. Die Kamera mit Blick, aber nicht auf den frühen Morgen. Dann filme ich dich beim Frühschoppen. Ah? Ich filme dich beim Frühschoppen. Nein, das ist gut. Dann würde ich sagen, geh mal Bier holen. Guten Morgen aus Haugesund. Es ist irgendwie 8.30 Uhr oder so. Es ist anscheinend arschkalt. Ich habe schon eine Strumpfhose drunter und warme Norwegen-Socken an. Dann ziehe ich noch einen Pulli drüber, eine Mütze, eine dicke Jacke und einen Schal. Mal schauen. Es wird jetzt von Hafen zu Hafen kälter. Aber ich bin gespannt. Es ist anscheinend die längste Innenstadt Norwegens. Leitstadt Norwegens oder was hat der Kapitän gesagt? Fußgängerzone Norwegens. Okay, wir müssen erstmal noch frühstücken. Ich bin gespannt. Kannst du das bitte noch mal sagen? Bring, bitch. Bring, bitch. Hallo, ich schläge hier im Bett. Ich bin immer noch so fast hier in den Bullauge. Ich hatte nie ein Bullauge. Wir hatten gestern auf jeden Fall einen schönen Tag in Haugesund, auch wenn es halt voll geregnet hat. Und wir haben uns jetzt nicht groß was angeschaut, weil ich jetzt auch schon so viel gesehen habe von Norwegen, so von Denkmälern und so. Und wir wollten einfach nur ein bisschen durch die Innenstadt flanieren und das war auch echt schön. Und dann waren wir in diesem Café, haben wir auch was gegessen später und haben uns einen Urlaub gebucht. Ich denke, wenn ihr diesen Vlog hier seht, dann ist wahrscheinlich der Vlog vom Urlaub schon längst gepostet. Es geht auf jeden Fall auf die Maldiven, ich freue mich übel. Naja, dann sind wir noch zurück, haben wir noch ein bisschen rumgegammelt und sind dann Abendessen im Brauhaus. Ich hatte auch das Dirndl an, weil gestern an Alpenblühen war. Da haben wir noch in der Beachbar einen Glühwein getrunken und dann waren wir eben beim Alpenblühen. Ich habe jetzt nicht groß was mitgefilmt, weil ich es einfach genießen will jetzt. Und ja, ich zeige euch dann lieber ein bisschen mehr von den Destinationen. Und morgen geht es nach, ich kann es nicht aussprechen, Bordeaux, Bordeaux, irgendwie so. Und da fahre ich Ripboot, da hat mein Freund, der darf ja nicht raus, weil er an Bord bleiben muss. Und dann mache ich was mit einer Freundin, die eben auch verlängert hat. Dann wollten wir Ripboot fahren. Ja, und jetzt gerade sitze ich hier, schauen wir nochmal die Videos an, die ich vorproduziert habe, ob ich die wirklich so posten kann. Weil ich finde, meine Kameraführung war echt schlecht. Ich habe die echt krass verbessert als Weltreisereporterin. Naja, wie wir jetzt trotzdem so posten. Und ja, jetzt gehe ich hier ein bisschen rum mit einem echt starken Seegang. Aber ich genieße es vor, einfach nur rumzuliegen. Voll verrückt, einfach überall Schnee. Voll. Lägt mal vor der Schöf drehen. Ja, ich bin bereit. Ja, es war schon kalt. Es schneide, es schneide, es schneide. Es schneide, es schneide, es schneide, es schneide. Musik Dani, wie gefällt dir dein Outfit? So gefällt mir mein Outfit. Komm mal. Spitze. Das ist so süß hier. Jetzt auch von oben? Ja, volles Programm. www.�ate.de Hier ist ein Verbrechen. Jetzt kann ich mich zu Hause anschauen. Da könnte ich mich, damit du mich ein bisschen weinschaltet. Ja, volles Programm. Hallo, ich melde mich auch wieder mir in meiner Stimme hören konnte ich bin ein bisschen krank irgendwie. Der Ausflug ist einfach richtig cool, aber hier war so, 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 so kalt. Danach erst mal richtig warm geduscht und dann waren wir Abendessen und sind dann auch auf der Kabine geblieben worden. Meine Stimme, man hört es mir wieder an, ist auch echt nicht so gut und es ist jetzt, keine Ahnung, 3 oder so. Ich hab's auch erst eben aus dem Bett geschafft und noch nichts zu Mittag gegessen. Aber wir hatten schon noch viele Snacks hier, jetzt nicht mehr. Aber es ist so, so schön draußen wirklich, oh mein Gott, mega schön. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen ein Video schneiden und dann denke ich halt später Abendessen gehen. Aber Patrick ist auch angeschlagen, haben wir beide ein bisschen angeschlagen. Aber naja, morgen gehen wir auf Rentier-Schnitten-Tour. Ich hoffe, dass es uns bis dahin wieder ein bisschen besser geht. Und heute kommen wir heute Abend in Alter an, aber Patrick kann eh nicht raus, von dem her bleib ich auch hier. So, wir gehen jetzt auf die Suche nach Polarlichtern. Auf den Pooldeck. Und dann kommen wir ein. Guten Morgen. Ja, wir haben erst mal Polarlichter gesehen, das war echt cool. Auch wenn man die halt wirklich immer nur ganz, ganz, ganz leicht sieht und eigentlich immer nur durch die Kamera wirklich sieht. Aber es war echt schön und ich hoffe, dass wir noch mal welche sehen, weil die werden halt jetzt nur so grün und so oben. Und ich fände es schon cool, wenn die sich mal so drehen. Aber ich bin schon froh, dass wir überhaupt welche gesehen haben. Ja, meine Stimme vielleicht klingt schon ein bisschen besser. Ich werde langsam ein bisschen gesund. Und heute gehen wir auf Rentier-Schnittenfahrt. Ich freue mich übel. Ich habe jetzt mal die Schicht, dann den Poli, dann ziehe ich noch zwei Jacken ein. Dann habe ich mir eine Leggings, dann ziehe ich mir eine Hose, fricke Socken. Also ich glaube, das müsste dann reichen, aber mal schauen. Ich freue mich auf jeden Fall, weil wir gehen jetzt erst mal Frühstücken. Wie Uhr ist es eigentlich? Und das ist wirklich um 12 Uhr los. Ne? Wie Uhr? Ja. Wie Uhr? Ja. Wie Uhr Es ist ein bisschen kalt, aber eigentlich ganz schön. Ne, wow. Wir gucken uns sowas an. Wir gucken uns sowas an. 37, warte, was ist noch? Das sind so richtige Theorys. Vor allem mit dem Visitor-Send. Süß. Ja, Philipp. Stimulant, but where's it from? Don't have time to buy my love. Why don't you wake me up when it's over? WOOOOO! 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 Soll das mit dem am Schluss beginnen, am Schluss hat der Braumeister immer gerade gelernt. Ja, ich fühl's aber an. Eigentlich sind wir für uns, weil das was sauerlich ganz gut war. Hab ich schon gerade gesagt? Du wirst vom... Ich bin voller Schnee. Hallo. Ich wollte schon guten Morgen sagen. Das ist abends. Wir müssen das Bullauge immer zu haben, weil zu viel Seegang ist. Ja, heute der Tag. Wir wollten eigentlich nach... Also von Tromsö aus mit einer Fähre ein Stück und dann Schneemobil fahren. Aber es war irgendwie zu windig, deswegen ist die Fähre nicht gefahren und deswegen konnten wir das leider nicht machen. Und dann wurden wir kreativ. Dann waren wir in Polaria. Das ist so ein Aquarium. Wollte nicht unbedingt hin, aber die anderen meinten so, ja komm, lass uns das noch machen. Ich würde jetzt auch im Nachhinein nicht nochmal reingehen, so. Sea Life, so finde ich, ist noch ganz schön. Und ich finde auch, wenn man halt merkt, dass die so die Meereswesen unterstützen, so manche Aquarien, finde ich das auch ganz gut. Aber da, weiß ich nicht, dachte ich mir danach, hätte ich das Geld lieber gerne irgendwie anders investiert. Naja, aber es war trotzdem schön und dann waren wir kurz beim Hard Rock Café. Wir waren in der Eisbar. Das war sehr cool. Dann waren wir Sushi essen. Ne, davor waren wir Sushi essen. Es war richtig geil. Und dann waren wir jetzt noch in der Brauerei. Und jetzt habe ich gerade geduscht und mich fertig gemacht. Und jetzt gehen wir gleich hoch. Meine Stimme klingt tatsächlich auch schon wieder viel besser. Mir geht es auch schon viel besser. Heute ist Haifischbar im Theatrium und mein Freund muss da ja mitmachen, weil er ja Offizier ist. Deswegen, ja, schaue ich da jetzt mal zu. Ich würde tatsächlich auch gerne mitsingen, aber naja. Sonst gibt es gar nicht so viel Interessantes. Morgen ist wieder Seetag. Und mir gefällt es bisher sehr gut, obwohl es einfach nicht mein Wetter ist. Es ist so kalt und es ist schön, es ist schön das Ganze anzuschauen, aber mir reicht es auch eine Reise. Also, wir würden jetzt auch nicht nochmal die Reise mitmachen wollen. Meine Haut ist auch super trocken. Ich muss mich echt auch da einkleben. Aber ich muss jetzt hoch, von dem her. Tschüss. Guten Morgen, beziehungsweise eher gesagt guten Nachmittag. Es ist schon 14 Uhr. Wir haben lange ausgeschlafen. Gestern Abend war voll der lustige Abend mit Haifischbar. Wir haben Nordlichter so gut gesehen. Wirklich, das war echt schön. Also, man sieht sie echt nicht so gut wie durch die Kamera, aber es war trotzdem so schön, weil man sie wirklich so ein bisschen tanzen hat sehen und das war echt toll. So, jetzt habe ich die Karten noch alle fertig geschrieben. Ein paar brauche ich noch die Adressen und dann gehe ich jetzt gleich noch hoch zum Brauseminar. Ich habe echt überlegt, ob ich hingehe, weil wir echt dolle Seegang haben und ich eigentlich lieber im Bett liegen würde. Aber wenn man mit dem Braumeister zusammen ist, dann muss man wohl das in Kauf nehmen. Von dem her melde ich mich später nochmal. Tschüss. Hallo, wir sind jetzt in Brandheim und es gegnet und es ist nicht so warm. Okay. Schmeckt Weihnachtlich. Hallo. Wir sind heute in Ahlesund und gestern waren wir in Trondheim, da habe ich gar nichts mehr gefilmt. Wir waren eigentlich nur spazieren, es hat die ganze Zeit geregnet. Wir waren ein bisschen dumme, wir waren Kaffee trinken zum Schnecke-Essen und ja, wir waren auch schon Mittagsrum wieder zu dem Schiff. Dann waren wir gestern Abend noch essen und dann war Voice of the Ocean, da habe ich auch zugeguckt. Und jetzt ist es, keine Ahnung, halte nach neun oder so vielleicht und wir gehen jetzt heute wandern. Also was heißt wandern, wenn man dann hier aufschließend einen kleinen Tag. Ne? Ja. Hallo, ich habe mich ja eben kurz gemeldet. Wir waren jetzt eigentlich nur noch einen Kaffee trinken. Ich habe noch so ein Sandwich gegessen und jetzt bin ich wieder zurück an Bord. Gleiches Sail Away. Das ist einfach meine letzte Sail Away und das ist so crazy, weil ich jetzt eigentlich seit September an Bord bin. Also ich war zwölf Tage Shoreside, aber sonst, mein Vertrag geht jetzt seit 2. September. Und jetzt ist es einfach der 1. März, also 6 Monate. Das ist mein letzter Sail Away und ich weiß halt nicht, wann ich das nächste Mal an Bord gehe. Und irgendwie ist das echt, 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 echt verrückt. Aber die letzten Tage waren auf jeden Fall schön. Ich finde es immer noch voll erkältet und es wäre jetzt auch keine Route, die ich unbedingt länger fahren wollen würde. Aber irgendwie macht es mich jetzt trotzdem auch echt alles ein bisschen traurig, dass es jetzt so vorbeigeht und ich weiß nicht. Es ist ganz, so ganz wieder gemischte Gefühle. Ich glaube aber halt echt, es ist noch ein Seetag. Dann kann ich noch ein bisschen was machen. Mein Logbuch wollte ich noch. Stempel reinmachen und so. Beauty-Büßes schneiden und alles. Und in mir habe ich ein bisschen Angst wieder von dem Leben so an Land. Aber ich meine, ich habe jetzt Urlaub, aber es fühlt sich halt nicht so an, weil ich halt in einer Kronkabine wohne, die übrigens sehr unaufgeräumt ist. Ich kann euch die nicht zeigen. Aber es war jetzt auch echt gut, dass ich noch hier war. Ich zeige gleich nochmal ein bisschen was vom Sail Away. Ich habe es echt wenig gefilmt. Ich hoffe, der Vlog ist irgendwie interessant geworden. Aber da ich, was ich jetzt ja während der Arbeit immer so viel gevloggt habe, ist das irgendwie nicht anstrengend. Aber so, ah, da war ja noch was. So, ich bin in so vollem Urlaubsmodus. Naja. No, mit nem. Gell Schatz! Ein wenig windig. Nach, danke. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Was? Was hast du deiner Verteidigung zu sagen? Mal auf. Schatz, ich liebe dich. Ich auch. Aber warte, das muss auch noch rein. Spaß. Hast du noch eine andere Hose? Die Kabine sieht mittlerweile sehr, sehr, sehr leer aus. Ja, wir steigen morgen ab um, ich glaube, 8 Uhr, so müssen wir hier raus. Deswegen ja auch mit Gepäck wirklich eine Katastrophe. Ich hätte meine Mama einen Koffer schon mitgegeben. Aber irgendwie hätte ich ihr vielleicht noch mehr Zeug mitgeben sollen, weil mein Koffer sieht einfach aus wie so ein Marshmallow. So, die eine Sache wäre jetzt, wenn ich wüsste, ich fahre direkt nach Hause, aber wir bleiben noch eine Nacht in Hamburg. Zwei nicht in Rostock, weil ich nochmal zu einem Meeting muss. Dann fahre ich noch nach Nürnberg zu meinen Großeltern und erst dann nach Hause. Also ich werde jetzt noch eine Woche aus dem Koffer leben. Wie kann ich meinen Koffer mal zeigen? Ja, da kommt ja der Müllmann, Mensch. Du siehst, wie du den Müll auch so hältst, so best buddies. Ja, aber wir haben jetzt noch heute, wie früh war es das ungefähr? Vier oder so? Kurz vor. Kurz vor vier. Dann gehen wir heute Abend nochmal im Brauhaus abenden und dann ist es schon fast soweit. Irgendwie ein bisschen crazy. Aber wir fahren morgen, nachdem wir im Hotel eingecheckt sind, auf jeden Fall nochmal zum Hafen und schauen uns das Auslaufen an. Und dann film ich dann auch mal mit. Letztes Mal Frühstück. Das letzte Zwickel von unserem Braumeister Patrick, Philipp Patrick. Verabschiedest du dich vom Baum? Ja, jetzt sind wir hier zum Auslaufen. Warum? Doch. Soll ich jetzt auslaufen, schauen, das ist irgendwie ein bisschen traurig. Das war unser Home. Ich stehe hier. Tschüss Elias. Ich stehe hier. Ich stehe hier. Untertitelung des ZDF, 2020